Hallo Erich von Däniken, herzlich willkommen bei Hangar 18b. Wir sind sehr glücklich, dass du heute bei uns dabei bist und wir würden gerne über dein allerneuestes Buch sprechen. Das ist ja erst letzten Monat herausgekommen. Es ist, glaube ich, dein 46. Buch und es heisst Und sie waren doch da. Da drin sind die ultimativen Belege für den Besuch von Außerirdischen und zwar sowohl in alter Zeit wie in neuer Zeit. Und wir würden gerne mal vielleicht damit anfangen, was sind für dich denn wirklich die besten Belege oder kann man sogar sagen Beweise, dass die Aliens vor Jahrtausenden schon einmal hier waren. Die Bundeslade vielleicht oder diese heiligen Idole des japanischen Kaiserhauses oder sind es andere, noch bessere Belege? Viel, viel besseres gibt es nicht. Die Ausserirdischen waren vor Zeiten da. Alle Kulturen wissen das und alle Königshäuser wissen das und auch der heilige Papst weiß das selbstverständlich und es steht in den alten Überlieferungen. Jetzt haben die Götter seinerzeit vereinzelten Menschen Geschenke gemacht. Unter anderem den Urjapanern, dem heutigen Kaiserhaus, einen Spiegel. Mit dem Spiegel konnte der japanische Kaiser sehen, was im ganzen weitverzweigten Inselreich geschah. Dieser Spiegel existiert heute noch. Er liegt in einem Tempel auf der Insel Ise oder Hotschu irgendwo da oben in Japan und wird bewundert. Ich war einmal dort vor vielen Jahren. Der Spiegel ist bedeckt mit einem Tuch. Niemand soll ihn sehen. Ich habe gebeten, nehmt das Tuch weg. Das geht nicht. Niemand darf das Tuch wegnehmen. Aber wir haben einen außerirdischen Gegenstand. Keine Sau redet darüber. Oder da gibt es die Bundeslade der Israeliten. Der gegenwärtige Chef der koptischen Kirche, das Oberhaupt der koptischen Kirche, hat vor einigen Jahren in einem Interview in Deutschland bestätigt, ja, das Innere der Bundeslade ist nicht von dieser Welt. Hallo, da sagt der Chef der koptischen Kirche, das Innere sei nicht von dieser Welt. Es entsteht keine Schlagzeile. Niemand regt sich auf. Offenbar sind wir müde, träge geworden. Oder wir nehmen es nicht zur Kenntnis. Es wimmelt von Beweisen vom Ausredischen. Selbstverständlich in der antiken Literatur. Dafür habe ich Beweise geliefert, noch und nöcher in meinem neuesten Buch. Mit den Quellen. Jeder kann es kontrollieren. Wer es wissen will, weiss es. Wer es nicht wissen will, ist nicht etwa dumm, sondern hat sich ganz einfach nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ja, und es gibt ja die Beweise aus der neuen Zeit, wie zum Beispiel die Ufo-Landungen. In deinem neuesten Buch sprichst du über oder schreibst du über Voronezh 1989. Ganz berühmte UFO-Landung, aber auch über das UFO von Randallsham Forest von 1980. Dann auch von den ausserirdischen Implantaten, die ein Dr. Roger Lear heraus operiert hat. Dann Entführungen, wie beschrieben von John Mack und David Jacobs oder auch von Bud Hopkins. Und ja, so geht das weiter mit … Ja, du zählst das ja alles schon auf. Du hast recht. Es ist so. Es wimmelt von Beweisen. Nur die sogenannte Öffentlichkeit nimmt es nicht zur Kenntnis. Du liest nichts davon. Schau, ich habe in meinem neuen Buch auf den letzten paar Seiten einige Zitate geliefert von weltberühmten Philosophen, Wissenschaftlern, Politikern, die Folgendes sagen. Zum Beispiel Prof. Dr. Chaim Eschet, lange Jahre Chef der israelischen Weltraumbehörde. Also kein Spinner, Chef der Weltraumbehörde, der sagt, Außerirdische sind unter uns. Hallo, wenn ein Ehrich von Däniken zu etwas sagt, naja, der ist Spinner. Aber der Chef der Weltraumbehörde oder der Ex-Verteidigungsminister von Kanada, Paul Hellyer, inzwischen gestorben, der sagt, Außerirdische sind unter uns. Sie könnten ihnen auf der Straße begegnen. Sie würden es nicht merken. Jetzt sagt das ein Verteidigungsminister und zwar mehrmals wiederholt. Man hat ihn gefragt, wie kommen sie zu der Aussage, weil er es weiß von seinen Generälen etc. von seinen Beziehungen. Es schafft keine Wellen, niemand regt sich auf. Hallo, das ist doch nicht mehr normal. Diese Welt ist einfach träge geworden. Sie hat Angst und ich weiß, warum das so ist. Es liegt immer am sogenannten Zeitgeist. Der Zeitgeist ist die jeweils herrschende Vernunft. Was heute gerade vernünftig ist, was breitgeschlagen ist, wird akzeptiert und was außerhalb des Zeitgeistes ist, wird weggeschoben. Das war schon immer so, jeden vergangenen Jahrhundert, zu jedem Zeitgeist, auch heute wieder. Die Mehrheit will nicht wissen, Außerirdische nein. Wieso will sie nichts wissen? Weil man uns einredet, wir seien einzigartig, wir seien die Größten, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und das ist ein altes Spiel, das habe ich früher schon mal kurz klar gemacht, ich will es noch wiederholen, weil es wichtig ist. Grundsätzlich gibt es zwei Gruppen von Menschen, die Religiösen und die Wissenschaftlichen. Die Religiösen sind überzeugt, der liebe Gott hat alles gemacht, aber wir sind die Krone der Schöpfung. Die wissenschaftliche Gruppe ist überzeugt, alles Evolution, aber wir sind die Spitze der Evolution. In beiden Fällen, ob Religion oder Wissenschaft, sehen wir uns als die Größten. Wir haben ein tiefen psychologisches Problem. Wir wollen gar keine Ausriedischen. Dann sind wir nicht mehr die Größten. Zeit, dass wir bescheiden werden. Waren der Zeitgeist schon mal besser vor 20 oder vor 50 Jahren? Nein, überhaupt nicht. Der Zeitgeist war immer die Hemmschwelle jedes Fortschrittes. Der Fortschritt kam dann zwar, aber mit der entsprechenden Zögerung. Und in unserer Zeit, dank den Kommunikationsmitteln, geht es selbstverständlich früher schneller als im Mittelalter oder so. Aber es zögert und harzt immer noch, weil eben die große Mehrheit sich damit nicht befasst. Mit Mehrheit meine ich die Journalisten. Sie befassen sich nicht damit. Nochmals, nicht weil sie dumm sind. Sie finden es einfach überflüssig. Mit sowas befasst man sich doch nicht. Was hält denn eigentlich Erich von Däniken von den Kornkreisen? Da gibt es selbstverständlich Fälschungen. Die kennen wir alle. Die Fälscher sind sogar stolz und haben am Fernsehen demonstriert, wie sie die Kornkreise fälschen. Mit einem Holzbalken wird das Korn runtergedrückt. Das ist alles gründlich untersucht worden. Bei den Fälschungen sind die Halme geknickt, die Halme sind gebrochen etc. Jetzt gibt es aber Kornkreise, die entstehen hier. Wenige Minuten sind gefilmt worden. Zum Teil auch über Nacht. Und zwar riesige, komplizierte, wunderbare Darstellungen. Wir nehmen es nicht zur Kenntnis. Das darf doch nicht wahr sein. Was etwas entsteht ohne unser Dazutun, ohne dass wir das Sagen hatten. Das darf doch einfach nicht sein. Wir nehmen es nicht zur Kenntnis. Es gibt ganze Bildbände von klugen Menschen über Kornkreise, wo die Bilder gezeigt werden oder in verschiedenen Stadien, wo sie sind. Es wird nicht zur Kenntnis genommen, die Gesellschaft ist zu faul dazu. In der aktuellen Zeit ein ganz spannendes Thema. Du warst von Anfang an involviert, unserer Meinung nach, sind diese Mumien oder Alien-Leichen aus Peru. Da gab es ja jetzt eine Anhörung vor dem Senat in Mexiko. Was hältst du heutzutage von diesen Leichen oder was auch immer das ist? Also es gibt zumindest einige davon, die sind nicht natürlich. Die entstehen nicht, sie entspringen nicht unserem evolutionären Denken. Es stimmt vom Rückenmark nicht, es stimmt von den Fingern nicht, es stimmt von den Füssen nicht. Sie haben vier Finger, sie haben vier Zehen etc. Das passt nicht in die Evolution. Aber auch das wird weggeschoben. Es darf nicht sein. Es ist aber so. Schau, in Peru gibt es sogar Felszeichnungen über diese Vierfingerigen. Die gab es schon vor Jahrtausenden. In Peru gibt es auch einen riesigen Küstenabschnitt mit einem Wesen mit vier Fingern. Es wird nicht zur Kenntnis genommen. Das antike Wissen wird nicht auf heute projiziert. Man sollte es projizieren. Ich bin einer der wenigen, der es tut. Ich bin tatsächlich der Meinung, in Peru haben wir ausseridische Skelette gefunden. Aber wieder mal, das darf nicht sein. Der Mensch duldet das nicht. Wir sind doch die Grössten. Stimmt das, dass du da irgendwo involviert warst oder wurden die mal angeboten? Stimmt das? Ja, man hat mir mal eine Mumie angeboten, allerdings für viel Geld. Ich hätte es nie gekauft. Ich hätte so eine Mumie nie gekauft. Was soll ich damit anfangen? Ich habe kein Museum. Das ist das Thema. Irgendein Museum. Bei mir kann man sowas nicht bestaunen. Aber denkst du, das bringt jetzt irgendwie uns weiter in dem Thema, jetzt die neuesten Entwicklungen? Oder wie siehst du das? Ja, die neuen Entwicklungen, aber nicht mit der Mumie. Die neuen Entwicklungen sind die Sachen der UFOs. Das bringt uns weiter. Und der Zeitgeist, der sich ändert. Dass immer mehr Wissenschaftler und Politiker dazu stehen. Wir sind nicht alleine. Austriere sind unter uns. Heute und jetzt. Schau. Vor Jahrtausenden waren sie da. Das kann der Erich von Däniken beweisen. Das ist keine Hypothese. Das ist keine Spekulation. Das ist keine Theorie. Das kann man beweisen. Man muss keine 46 Bücher von mir lesen. Drei davon reichen. Lies das Neueste. Und dann hast du die Beweise. Hast du genug davon. So, sie waren da. Und seinerzeit, vor Jahrtausenden, haben sie versprochen, in einer fernen Zukunft würden sie wiederkommen. Jetzt ist die Wiederkunftszeit da. Sie sind aufgetaucht. Sie sind aber so freundlich, schockieren uns nicht, weil sie genau wissen, wie die Menschheit reagiert. Ich habe noch vor ein paar Wochen ein Telefonat gehabt mit einem bekannten Wissenschaftler. Und der sagte mir, Erich, wir sind froh, dass du die Dinge in die Öffentlichkeit bringst. Du bist ein Laie. Du bist kein Wissenschaftler. Wenn ich als Wissenschaftler kommen würde und sagen würde, und zwar als Anthropologe oder als Astrophysiker, Außerirdische sind da unter uns, würde ich einen Sturm der Entrüstung ernten. Und meine eigenen Kollegen aus der Wissenschaft würden mich irgendwie kontraproduzieren. Sie würden mich abschießen. Und sagen, ja, was ist denn jetzt los mit dem Professor Doktor? Tickt der nicht mehr richtig? Ist der plötzlich in einer Sekte? Hörige, etc. Wir sind froh, dass es dich gibt, den Laien, der diese Dinge in die Öffentlichkeit bringt. Du darfst sie in die Öffentlichkeit bringen. Wir können darüber streiten, dafür, dagegen sein, lachen oder unterstützen. Aber der Aufwand muss von außen kommen. Er kommt nicht vom inneren wissenschaftlichen Kreis. Und deshalb ist die Arbeit, die ich mache, eigentlich gar nicht so schlecht. Sie hilft, den Zeitgeist zu verändern. Wir müssen begreifen, wir sind nicht allein, außer es gibt es. Und zwar gleich hunderttausendfach und einige davon sind unter uns. In deinem neuesten Buch schreibst du auch noch über die künstliche Intelligenz oder die Gefahr der künstlichen Intelligenz. Welche Gefahren siehst du da genau? Und hat die künstliche Intelligenz vielleicht auch einen Einfluss auf den Zeitgeist? Also schau, ich befürchte, die künstliche Intelligenz wird uns übernehmen. Ich habe eher Angst vor der Zukunft, was die künstliche Intelligenz betrifft. Die wird uns längstens überrollen. Ich habe in meinem Buch auf den letzten zwei Seiten ein Beispiel gegeben. Da war eine Konferenz in Genf zwischen Wissenschaftlern der KI, also künstliche Intelligenz, und Robotern. Das waren tatsächlich künstliche Intelligenz. Und einer der künstlichen Intelligenzfiguren sagte zum Wissenschaftler, wir werden euch überleben. Wir werden euch übernehmen. Und er hat recht, dasselbe Thema ist schon vor über 30, 40 Jahren vom berühmten Schriftsteller Asimov aufgearbeitet worden. Er hat mal ein Buch rausgegeben, das trug den Titel I, Robot. Ich, der Roboter. Und da kam es zu einem Gespräch zwischen einem Roboter und einem Menschen. Und der Roboter hat damals dem Menschen gesagt, wir werden euch übernehmen. Und der Mensch sagt, nein, niemals, wir haben euch geschaffen, wir werden euch überleben. Der Roboter sagt, schau mal, ihr habt ein Herz, das Herz schlägt, das Herz kann aussetzen, das hat ihr geliefert. Ihr habt eine Niere, ihr habt in Reihen Weichteile, die krank werden können. Wir haben keine Weichteile, bei uns wird nicht krank. Euer Gehirn kann krank werden, ihr werdet schizophren, seid strahlend ausgesetzt. Das macht uns alles nicht. So in dem alten Gespräch ist das Thema der künstlichen Intelligenz bereits behandelt worden von Isaac Asimov in dem Buch I, Robot, ich, der Roboter. Und heute sind wir so weit. Heute kommt die künstliche Intelligenz und sie wird uns übernehmen. Und sie sagt ja in der Konferenz in Genf, wir werden euch übernehmen. Es braucht uns nicht mehr. Da frage ich mich nur ganz im Hinterkopf. Ich weiß ja, die Menschen sind das Produkt von Außerirdischen. Das habe ich übrigens nicht erfunden, das steht in den alten Heiligen Schriften. Die Götter schufen die Menschen nach ihren Ebenbilden. Wir sind Ableger von einem anderen System. Jetzt frage ich mich, sind wir bereits schon für etwas wie künstliche Intelligenz? Natürlich haben wir Evolution, natürlich sind wir aufgewachsen auf dem Planeten. Das reicht aber nicht. Es gab einen Einfluss von außen. Das wiederum kann man beweisen. Klügere Leute als Erich von Däniken haben das gemacht. Also Francis Crick, Nobelpreisträger in seinen Büchern. Das Leben ist nicht auf der Erde entstanden. Die molekularen Bestandteile kamen von außen. Alles war gezielt. Man nennt das heute Panspermia. Und dann haben wir uns entwickelt nach einem evolutionären Prozess, bis die Außerirdischen kamen. Und es war kein Zufall, dass die kamen. Die wussten zum Vornherein, auf welchem Planeten, wo, wie sich Leben entwickelt hat. Das könnte ich jetzt erklären. Ich hätte in einer halben Stunde, ich habe es im Buch erklärt. Die wissen, wo und auf welchem Planeten die da waren. Dann kommen sie, stellen fest, tatsächlich, wie erwartet, es gibt diese Menschenaffen, unsere Vorfahren, die Orangutans, die Schimpansen etc. Jetzt holt man sich einen, nimmt ein paar Zellen, verändert die Zellen, DNS-Molekül abändern. Und das macht heute jeder Biologiestudent, jeder weiß inzwischen, wie es geht. Das Verfahren war vor 20 Jahren unsagbar kompliziert. Heute ist es kinderleicht, man weiß, wie es geht. Es gibt ein Krebsverfahren dazu. Sie verändern die DNS, man lässt sie wechseln, setzt sie in die Gebärmutter eines Mädchens, derselben Spezies. Das Mädchen wird ein Kind gebären. Das Kind hat selbstverständlich die Evolution. Alles normal, aber wir scheren aus vom Stammbau der Evolution. Und was ich da sage, kann man beweisen, jeder Dummkopf kann sehen, wieso. Wir sind Stammbaum. Mit den Affen, mit den Orangutans, mit den Schimpansen, die gibt es doch alle noch, sind doch alle da. Aber wir sind ausgeschert, wieso denn? Wieso nur wir? Wieso sind die anderen nicht von den Affen runter? Haben wir denen nicht mitgeteilt oder wie? Wieso haben nur wir Sprache entwickelt? Ein Broca Center, Information. Wieso haben wir nur Kunst entwickelt? Malerei, Gesänge, Technologie, Wissenschaft, nur wir. Weil ein Eingruf von außen stattfand. Die gezielte künstliche Mutation. Die Götter schufen die Menschen nach ihren Ebenbilden. Und es ist Zeit, dass wir das endlich akzeptieren. Sonst fangen die Götter uns an, gar nicht mehr ernst zu nehmen. Die sagen, was sollen wir mit diesen Spinnern? Ob es die gibt oder nicht, ist belanglos. Ja, aber wir pfuschen ja eigentlich den Ausserirdischen rein jetzt mit dieser künstlichen Intelligenz. Also wir schaffen etwas, was ihr Werk überflügeln wird. Das kann ja nicht im Interesse der Ausserirdischen sein. Das wird ihr Werk nie überflügeln. Die wissen ganz genau zum Vornherein, wie wir uns entwickeln und dass sie soweit kommen und dass wir wiederum Ableger schaffen. Das ist der Zweck des Ziels. Die Ableger sollen geschaffen werden, weil es immer mehr gibt. Die sollen immer intelligenter werden, sollen Technologien entwickeln. Technologien führen zur Raumfahrt. Und dazu einfach ein kleines Ding, vielleicht habe ich es früher schon gesagt. Jede intelligente Spezies trägt eine Bestie im Gehirn, sonst ist sie nicht intelligent. Die Bestie heißt Neugierde. Machen Sie mal was gegen die Neugierde. Und die Neugierde zwingt unweigerlich jede Spezies zur Raumfahrt. Wieso bitte? Nehmen Sie mal an, wir wüssten alles. Träumen Sie mit mir. Wir wissen alles über den Menschen, über das menschliche Gehirn, über sein Verhalten. Wir haben die Gehirne aller Tiere durchsucht. Wir haben ein Loch durch die Erde gemacht. Wir wissen einfach alles, toll. Ja und dann, die Neugierde bleibt, dann sehen wir Lichter an für einen Moment. Und wir fragen uns, verdammt nochmal, was ist das? Wir haben keine andere Wahl, als früher oder später Raumfahrt zu betreiben. Und das betrifft jede Spezies. Also kommen wir zusammen. Der Zweck des Ganzen, Ausbreitung im Universum. Das Universum ist gigantisch, endlos. Und das Universum soll bevölkert werden durch Intelligenz. Das ist immer wieder hochspannend. Bist du schon am darüber nachdenken, ein neues Buch zu schreiben? Kommt ein nächstes? Schaut, ich befasse mich mit den Ideen, ein letztes Ding zu schreiben. Und das hat mal den Arbeitstitel. Notizen aus meinem Leben. Ich habe so viel erlebt und erleben dürfen. Auch Negatives. Und einiges habe ich aufgeschrieben. Und natürlich gibt es unzählige Eintratungen in Tweet und so weiter. Und vielleicht sollte ich das mal einfach zur Sprache bringen. Notizen aus meinem Leben. Vom Ärgerlichen und vom Erfreulichen. Sehr gute Idee. Das wäre sicher sehr interessant. Das Ärgerliche ist daran, wenn man immer kopiert wird, abgeschrieben wird und niemand sagt, woher er die Gedanken hat. Das macht er dann schon ein bisschen heiß. Ja, das können wir verstehen, ja. Erich, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wie immer hochinteressant. Und ich hoffe, wir hoffen, dich bald wieder zu sehen. Ich bin inzwischen 88. Mach das mal mit einem anderen 88-Jährigen. Ich dicke noch richtig, die Götter lieben mich. Und ich hoffe, jedes Jahr einmal machen wir ein neues Interview und aktualisieren das. Sehr gerne. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier bei euch, beim Hangar 18, reden zu dürfen. Und übergebe jetzt meinen brillanten Sekretär, dem Ramon Zürcherl. Ciao, Gerhard. Danke, Erich. Tschüss. Alles Gute.